Ich habe eine verbotene Version von Garten of Banban gefunden, im Darknet. Um 3 Uhr morgens, um 3 Uhr nachts meine ich, 15 Uhr mittags, nach der Schule, ach keine Ahnung, und zwar diese Version. Ich gehe einfach mal rein, okay, und gucke was passiert. Okay, ich soll Spaß haben im Kindergarten, er meint Vorschule. Danke, oh mein Gott. Okay, wir müssen ernst bleiben, denn es ist eine verfluchte Version. Leute, diese Version ist komisch. Sie ist sehr, sehr komisch. Ich glaube, ich darf sie gar nicht spielen. Bin ich jetzt der kleine Junge? Ich bin Timmy. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist wie original. Diese Roboter-Stimme! Okay. Okay, ich soll die Keycard suchen. Hier ist die Keycard, steht ja auch drauf. Erstmal, erst mal hier durch. I can now open the door, that required a keycard. Okay. Cheers. Ah, Drohne. Wow, Technologie. Wow, Technologie. Okay, kann ich das jetzt mitnehmen, oder? Nö, mit? Okay, ich brauche jetzt Batterie für meine Fernbedienung, für das Ding. Für meine Drohne. Oh mein Gott. Was ist passiert? Echt jetzt? Ich habe den Ding abgekickt. Pfft. Okay. Mom! Hier ist Batterie. Warte, einmal noch. Oh, was ist denn hier? Freestyle. Was ist das? Okay. Ich habe Batterie gefunden. Brauche ich noch eine? Hier ist noch mal eine. Richtig Duracell. Hashtag Duracell. Ah, okay. Jetzt kann ich das Ding mitnehmen. Flieg dagegen. Hä? Ach, das ist die Sicht von meiner Drohne. Das ist cool. Wow, Technologie. Okay. Wir sind weiter. Ja, es ist wirklich, es ist halt wirklich eins zu eins. Da habe ich noch Bamban eins nachgebaut. So, was müssen wir machen? Ah, hier war ja was. Oh mein Gott. Bam. Garden of Bam Bam. Bam. Da. Uah. Uah. Okay. Was müssen wir machen? Ich glaube diese Eier sammeln, oder? Oh Gott. Oh Gott. Es ist einfach wie Easter. Es ist sehr, sehr seltsam. It's just like Easter. Haben wir alle? Wie viele waren es? Ich glaube hier oben noch, oder? Nope. Bitte schön. Oh mein Gott. Wie viele noch? Das müsste eigentlich reichen, oder nicht? Ich sehe diese Sprüche. Okay, wir brauchen also irgendwas, mit dem wir das, ein Tool der absoluten Zerstörung, das, damit wir weiterkommen. Das Ding ist, Leute, diese Drohnensteuerung ist echt eklig. So, wo war das? Hier. Wow. Technologie. Bam. War sonst noch was? Ich glaube das war es. Ah, hier noch. Lass dagegen fliegen. Geil. Mein Gott, wie übertrieben laut. So, jetzt können wir... Keycard. Wo ist Keycard? Oder klappt es? Nee, wir brauchen Keycard. Wo ist... Diese Dinger wegkicken. Was für Spaß? Kann ich den Computer... Ich werde den gar nicht auch wegkicken. Nee. Ich muss einmal noch... Boom! Okay, Keycard. Give me the Keycard. Äh, äh. So, dort. Hier. Whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa. Leute, ich habe hier alles kaputt gemacht. Oh, das war geil. Irgendwo muss noch ein Ei sein. Lass mal rutschen. Oh. Oh. Da war's. It's just like Easter. Ja, gerutscht es einmal noch, Leute. Einmals Geräusch. Hui. Gott. Was ist das für ein Spiel? Aber es wird bestimmt noch sehr, sehr gruselig. Okay. Okay. Was soll das? Ich fühle mich wirklich verarscht. Was ist das? Ich schüttel meinen Kopf nicht oft, aber wenn ich ihn schüttle, dann schüttle ihn. Whoa, whoa. Technologie. Okay. Geil. Wow. Ich habe... Ich habe... Ein Schwert. Oh mein Gott. Oh, what? Das ist total bescheuert. Okay. Ey. Nein, nein, nein. Muss ich von neu? Oh. Find little Timmy in the Garden of Bananen. Garden of Bananen. Check ich das jetzt? Whoa. Fun technology. Hui. 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 Was? Oh mein Gott. Es ist... Okay. Wir brauchen jetzt die Farben. Die habe ich. Rot. Das wird mich kli... Whoa, 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 whoa. Rot. Whoa, 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 whoa. Whoa. Oh, hat geklappt. Whoa. And I'll rank keycard. Okay. Hey, you. Oh. Hey, you food? Ich brauche... Willst du essen, hat er gesagt. Warte, wir müssen doch das erstmal aktivieren. Okay. Jetzt müssen wir rennen. I am going to consume you. Oh no. Er will mich essen. Oh no. Schnell. Okay. Kommt... Rennt er nicht hinterher? Nein, er läuft nicht so weit hinterher, oder? Doch. Hä? Woa. Hä? Woa! Hä? I am going to consume you. Oh no. Stirb! Oh. Geschafft. Er hätte Stickers sich gönnen sollen. Woa. Woa. Der Spiel ist gut. Der ist wirklich ein Wunder, zu leben in dieser Zeit und Zeit, wo die Humanität das impossible möglich machen kann. In other words... Oh, der rappt plötzlich. Technologie. Woa. Technologie. Was habe ich jetzt freigeschaltet? Was ist jetzt? Ist das deine Mutter, oder? Woa. Technologie. Was jetzt? Feueralarm. Wahrscheinlich. Und jetzt endet das Spiel normalerweise, oder? Was soll ich sagen, Freunde? Ja? 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 Bis zum nächsten Mal.